So, hi Leute. Ich hab mal bei Wikibooks angefangen Gitarre zu lernen. Und ich kann zwei Akkorde. Ich kann D-Dur. Und ich kann A-Dur. Und damit kann man ein Lied singen. Aber ich kann nicht singen. Aber das ist mir scheißegal. Mal gucken. Mal und Gretel verirrten sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen fein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Hu, hu, da schaut ne alte Hexe raus. Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Die Hexe tat sehr freundlich, auch in selblicher Not. Sie will ihn braten im Ofen, braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, wird sie gestoßen von Hans und Gretel ein. Die Hexe muss verbrennen, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Ja, cool, was man alles mit zwei Akkorden von Wikipedia machen kann, ohne viel Übung. Das geht weiter. Ich werde ein Rockstar.